Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herzbrück im Nürnberger Land, zum Nusswetter 122, den Neujahrs-Nusswetter, in dem wir Ihnen ein glückliches neues Jahr anschauen. Wir berichten, dass die neuen Möbelmacher so sind wie die alten, nur mit neu verteilter Verantwortung und dass die ersten Stämme schon von Tobias Raum abgeladen wurden. Und wir zeigen im Video und im Blog den gesamten Entstehungsweg einer originellen Garderobe passend zum Drag-Design und warum so unterschiedliche Wünsche von ihr und ihm nur durch gemeinsames Planen und die Einzelanfälligung möglich sind. Weil dabei auch die erste Skizze, die bei uns Kribbel heißt, eine wichtige Rolle spielt, stellen wir Ihnen auch das Buch von Professor Glöcker vor, das wir eine Streitschrift für das Skizieren nennen würden. Wenn Sie auch so ein Fan von Papier und Bleistift sind, sagen Sie uns doch Bescheid, vielleicht geht ja mal ein Skizirkurs mit Ingo Glöcker in Untergrumbach zusammen. Außerdem möchten wir Sie schon jetzt bitten, den Termin der Untergrumbacher Werkstatttage mit dem Titel Vom richtigen Zeitpunkt vom 10. bis zum 12. Juni zu notieren. Auf der Möbelmesse in Köln, wo wir uns in ein paar Tagen wieder möbeltechnisch für Sie updaten werden, besprechen wir mit Sovidepapst Hubertus Schirner und dem Literaturkritiker Dennis Scheck, wer was wann macht und auf welche Weise wir das Hutangerin vom ältesten Naturschutzprojekt Bayerns ganzheitlich zubereiten werden. Sie können sich jetzt schon Karten reservieren. Wir haben endlich eine Frage auf die Antwort gefunden, was denn in diese Kompaktbacköfen von Miele alles passt, die ja nur 45 cm hoch sind. Ein 10-Kilo-Truthahn. Allerdings musste man den schon ein wenig einbinden. Die Chitterslochersbruck hat es zusammen mit der Entschleunigung und uns mal wieder in die Süddeutsche Zeitung geschafft. Und weil fast alle stummen Diener und vor allem die Weinbuchhalter verkauft sind, müssen wir wieder neue Serien fertigen. Und wenn Sie uns jetzt gleich Ihre Wunschholzart durchgeben, können wir ganz persönlich für Sie fertigen. Denn unser Giovanni ist hilfsbereit, verschwiegen und käuflich. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahresanfang und freuen uns auf Ihren Besuch in Untergrumbach oder im Internet und grüßen ganz herzlich aus dem Sittenwachtal. Bis bald!